Liebe Lieben, zu einer neuen Folge von Dead by Daylight und wieder mit dabei sind Luna, Pada, Schneckball und Shivas Tochter und diesmal bin ich der Killer. Hallo! Mal gucken, wie du dich anstellst. Yay! Auf die Jagd, ich freu mich. Ich glaub, ich werd mich sehr schlecht anstellen, aber ich geb mir Mühe. Bisher hat sich das Gefühl, Pada hat heimlich geübt und die ganzen Orte von den Haken auswendig gelernt, das ist alles. Je schlechter du dich anstellst, umso schneller fängt man die Luke. Genau, die Luke, die geheimnisvolle. Luke. Ja, die Augen auf nach einer Luke. Ich glaub wirklich, das war der Werkzeugkoffer. Am Ende ist es gar keine Luke, sondern irgendwas anderes total Mysteriöses. Mysteriöses, weil meine Sprache lässt schon wieder nach. Vielleicht ist es ja wirklich der Werkzeugkoffer und man kann dadurch die Dinger schneller aktivieren, kann ja auch sein. Wow, bin ich schnell. Bei mir ist keiner in der Nähe. Ein bisschen schade, dass ich nicht wieder alleine rumlaufen muss. Wir sind verstreut worden. Oh doch, doch, hier ist jemand. Oh, you're real right, Halligin. Direkt am Anfang eine Kiste gefunden, wie geil ist das denn? Cool. Das ist praktisch. Oh, aber ich finde das natürlich grundsätzlich scheiße. Nein. Finde ich nicht gut. Was war drin? Eine Taschenlampe. Oh Gott. Das bringt es auch total, einen Mörder mit einer Taschenlampe zu verscheuchen. Halt! Scheiße, okay, weg. Hier ist ein Generator gewesen, aber ich war in der Nähe? Nein. Nö, ich glaube nicht. Das ist der Nächste. Hier ist ein Generator. Nee, gar nicht. Und die kümmern wir uns mal jetzt. Oh Gott. Du, 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 du. Da hinten ist noch einer. Ich gehe zu dem anderen. Ach, du willst den zweiten machen? Ich habe noch niemanden gesehen. Zu zweit wären wir schneller an einem. Ah, okay, okay. Du kannst nämlich von vorne an diesem schwarzen Mundkipp drin. Was ist das denn? Pater. Was war das? Ja, ich habe mich an mir vorbeigelaufen. Ich habe es nicht gemerkt. Was? Oh, scheiße. Ich habe alles kaputt gemacht. Noch mal weitermachen. Diese verflixten Brennnessel hier. Brennnesseln? Brennnesseln? Brennnesseln. Ja, Brennnesseln. Mit so schwarzen Federn und so. Schnell, schnell, schnell. Weg, 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 weg. Leute, wir müssen den Kopf aktivieren. Warum auch immer. Wieso jetzt wieder auf dem Film? Keine Ahnung. Also hier bei uns waren zwei, aber... Scheiße. Ich habe by the way schon ein Medikit gefunden. Aber falls jemand verletzt ist, der kann gerne zu mir kommen. Ich habe eine Taschenlampe. Also falls jemand beim Mörder auf dem Arm rumhängt. Destroy, destroy. Und sich weiter machen. Du, ver... Wo ist die denn hin? Hat sie es nicht? Oh. Los geht's. Sie verfolgt mich. Was macht ihr denn da? Wir machen kaputt. Nein, nein. Nein. Die Frau mit der eiserne Maske. Rennt doch nicht hinter mir her. Warum denn ausgerechnet ich? Lass uns wie die Ghetto-Ghetto-Kinder um die Mülltonne rumtanzen. Nicht in meine Richtung kommen. Nicht in meine Richtung kommen. Lauf weg von der Richtung. Ich habe es gleich. Ich habe sie mit der Mülltonne ablenken können. Ach, geschafft. Nice. Sehr gut. Dreht doch nicht einfach um. Wie hebe ich dich jetzt auf? Achso. Mit Leer-Taste. Okay. Wiggle. Wiggle, 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 wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Scheiße. Vorsicht. Nein, nicht. Oh, Manu. Hast du Wiggle, wiggle gemacht? Oh. Oh. Das klingt nicht gut. Das klingt nicht gut. Wiggle, wiggle. Ich kriege Nackenschmerzen davon. Aue. Oh. Oh. Hey. Vergiss es. Guckt euch mal um eure Dinger da. Lula, hau ab. Ich lenke sie ab. Ich kann mich ja nur spacen. Ich kann mich nicht raus. Das ist... Verdammt. Jetzt hackt sie auf mich ein. Shit, ey. Klingt das irgendwas, wenn ich nochmal auf dich einhacke? Nee, das klingt nichts. Das klingt nichts. Du könntest aber natürlich dann da bleiben und... Nein! 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 Scheiße, was machst du denn da? Aber ich bin eh rettungslos verloren. Ja, toll. Okay, ich glaube... Ganz ruhig jetzt. Ich hab so gebannt nach dahinten gestarrt. Oh shit. Ich bin nicht konzentriert. Leute, kann mir jemand helfen? Okay, zu spät. Ich bin tot. Ich guck wieder nur zu. Das kann ich ja am besten. Ich hab's geschafft. Ja, komm, 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 komm. Weg. Wunderbar. Leute, denkt an die Generatoren. Ja. Gefahrene Scheiße. Nein, geht los! Wir müssen uns aufteilen. Ja. Hinter wem rennt sie jetzt her? Ja, hinter dir oder hinter mir? Ja, doch. Nein, wir sind hier, natürlich. Scheiße, ich bin verletzt. Renn. Oh, nö, ich bin ja schon wieder hier. Okay. Oh, ich bin schon wieder hier. Okay. So. Und der nächste. Oh Mann. Wo ist denn der nächstgelegene Haken? Gut, der Pader, der macht da rum. Im Keller. Im Keller. Das dauert noch ein halbiges Jahr und das Gefühl. Ich glaube, du würdest mich verwirren. Da müsstest doch jemand Zweifeln machen. Nein. Was mich los. Im Keller sind wirklich weh ich. Boah, das ist wirklich störend, ne? Wenn der andere so wiggelt. Ja. Wiggle, wiggle. Und ich hab mich gleich auch entwiggelt. Perfekt. Lauf. Perfekt. Renn, 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 renn. Lauf, lauf. Nein, wo bist du? Geht's gar nicht an. In die andere Richtung. In die andere Richtung. Ich schläge mal. Ich hab gerade den dritten Generator gefunden. Okay. Ich hab ihn kaputt gemacht. So, jetzt aber nicht nochmal wegrennen. Aber krass, dass man jemanden opfern muss, um ihn zu töten, statt einfach mit der Machete tausendmal einzuhacken. Ja. Aber es wäre auch sonst zu leicht. Ach, das ist ja gar kein Haken. Mit zwei Händen und Wiggles. Was mach ich denn? Mann ey, ich bin gerade nicht konzentriert. Pader. Pader macht kaputt. Ja, die Quick-Time-Events und nebenbei in der Gegend umhergucken ist schwierig. Nein. Ja, das ist scheiße, 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 scheiße. Das war so kurz, war fertig, Wiggles. Oh nein. Ich war kurz davor. Nochmal, nochmal, nochmal. Komm, du kriegst es hin. Jetzt, 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 jawoll. Nein. Halt sie durch. Boah, scheiße. Okay. Das war kurz davor. Im dritten Attempt kommt man ja meistens raus. Okay, ich häng hier nur mit beiden Händen und Space. Ja, da muss sich jemand retten, anders kommst du da nicht raus. Okay. Pader hat einfach mal sein Ding. Ich nehme mal an, es wird mich niemand retten. Nächstes ist es aktiviert. Sehr gut, ich habe ja auch gleich einen fertig. Oh oh, oh oh, warte. Leute. Renn, 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 vater. Nein, das klappt man. Die hat mich doch gar nicht gesehen. Natürlich hat sie nicht gesehen. Wir dürfen dich doch nicht verraten, Luna. Ich verrate auch nichts. Die hat nicht gesehen. Ich hänge hier immer noch. So wie die Zielgerade auf dich zugelaufen ist, weil das doch offensichtlich ist, dass sie es gesehen hat. Oh shit. Der nächste Generator. Perfekt. Nein. Nein, 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 nein. Komm schon, komm schon. Wickel, 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 wickel. Komm schon. Auf, um zu wickeln. Oh Gott. Auf, um zu wickeln. Komm schon. Wo bist du denn? Wo wickelst du? Nee. Was muss ich jetzt drücken? Linke Maustaste. Linke Maustaste. Oh Gott. Eva, du bist noch irgendwo. Gedrückt halten. Nein, ich bin nicht da. Ich bin Kaffee trinken gegangen. Je schneller du bist, desto besser funktioniert's. Und nochmal, dann kommst du vielleicht sogar noch raus. Warum geht das Tor nicht auf? Ich hab schon vier Dinger gemacht. Oh. Oh. Aber diesmal gibt's wirklich keine Luke, wa? Das ist merkwürdig. Das ist irgendwie wirklich nur, wenn man das Ding hat. Ja. Eva, denk nicht an mich. Du schaffst das. Nein. Nein, 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 nein. Das gibt's nicht, oder? Jetzt schon. Leuchte, blende sie einfach. Ich hab nichts gesehen. Aber ich seh dich jetzt wieder. Ja. Nein. Das Schnappe blenden hilft also wirklich. Nein. Ich muss weg. Ja, total. Es war alles weiß. Oh, ich bin tot. Shit. Verdammt. Schade. Oh, du bist ja tot, na toll. Was soll ich jetzt? Es explodiert. Das war's dann glaube ich. Oh. Okay, das war's. Na, super. Ja, sich das Blut am Arm abschmiert. Was für ein kranker Typ. Ja, das ist echt ziemlich krank. Spielergebnis geopfert. Warst du schon? Ich bin nicht lang. Ja. Du könntest vielleicht nochmal spielen. Ach, zuschauen. Ach, nur zuschauen klicken. Alles klar. Ja. Los, Wiggle. Wiggle, Wiggle, Wiggle. Du schaffst es. Du schaffst es. Gib ihm. Nein, 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 nein. Oh, schade. Ach, verdammt. Boah, ist denn so matscht? Wieso bin ich eigentlich immer sofort tot? Ich weiß es auch nicht. Na, du bist als letzter. Au! Ich bin in die Falle getreten, glaube ich. Aber was ist das für ein abgefahrener Scheiße? Ich dachte eigentlich, das Spiel wäre jetzt nur so, dass du einen normalen Mörder hast, aber dann kommt doch immer so eine Alien-Ranken, die sich da irgendwie in den Weltraum ziehen. Was ist das? Ja, das ist ganz strange. Gibst du dich auch noch eine Story? Aber immerhin habe ich gar nicht viele Generatoren angebracht. Yay. Alles klar, ich war mal wieder der Schlechtester. Na ja, aber ein geiles Spiel. Das ist jetzt doch sehr erfrischend auf jeden Fall, mal was Neues. Ja, finde ich auch. Auf jeden Fall. Cool. Jut. Ja, macht Spaß. Ist witzig. Na super. Haben wir alle einmal im Kreis gesagt, wie gut es ist? Alles klar. Also wir schauen auf jeden Fall nach der Bäder noch mal rein, wenn es wird. Na klar. In der Vollversion, dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Wir schauen dann in die Vollversion. Genau. Supi. Wir freuen uns drauf. Danke fürs Zuschauen. Du bist jetzt im Fernsehen. Nein. Ist das der Grillbesuch? Ne, das ist meine Freundin. Der Grillbesuch sitzt rechts neben mir. Guck grad zu. Alles klar. Liebe Grüße. Liebe Grüße zurück. Ja, Grüße zurück. Sehr viel. Gut. Also. Alles klar. Wir sehen uns. Haut rein. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ciao.